Okay, dann sind wir wieder zu Dark Souls 3. Wir werden vor Arnor Londo ein bisschen was zwischenschieben. Ich habe nämlich etwas verpasst. Wir können nämlich die Quest von unserer Irina schon zu Ende machen. Und da wir jetzt gerade Seelen haben, passt das ganz gut. Heute stehen einige Bosskämpfe an, wo ich mir tatsächlich echt Sorgen mache. So, ich glaube hier in der Richtung. Wir sind hier überall durchgeskippt. Aber hier hätte ich normalerweise etwas gefunden, was ich brauche. Oder was ich zumindest für die Quest brauche. Leute, das mit den Sieglerbelohnungen bei Dark Souls einlösen ist jetzt auch nicht mal lustig. Langsam. Das Intro wieder. Welches Intro? Es gibt keine Erstattung für diese Punkte. Nur zur Info. Wofür ich aber zu danken habe, ist, dass Prime-Abo das Evil-Film rausgehauen hat, während der Starting-Screen lief. Das Intro, was kommt, bevor der Stream los geht. Das sind alles nicht die Droiden, die ich suche gerade. I-I-I-I-I-I. Oh. An der Jaguar, danke fürs Primer, du hast letzte Woche einen Siedler-Stream verpasst. Ich hatte heute tatsächlich die Chance auf GOG ein paar Sachen künstlich zu entstehen, und zwar einmal Siedler 2, die nächste Generation, wo ich aber noch nicht weiß, was ich damit machen werde, und auch zwei also Star Trek Spiele, beziehungsweise drei, eins habe ich zurückgegeben, dann habe ich das andere gekauft, weil das eine, da ist die GOG-Version echt ein Scam, also die bringt gar nichts. Das Problem mit dem Spiel ist halt leider, dass ich es mit OBS nicht aufnehmen kann. OBS will mit dem Spiel irgendwie nichts zu tun haben, und ich habe dafür bis jetzt einfach keine Lösung gefunden. Es ist gut möglich, dass ich jetzt hier gerade Fallschlaufe. Ich danke für die Seelen, aber Moment. das Ding ist, die Beschreibung hilft mir halt auch nicht wirklich weiter, weil das heißt von diesem Lagerfeuer nach rechts, aber das ist halt eine relative Richtungsangabe. Hier muss ich irgendwo mich runterfallen lassen. Ah, ja, hier, 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 hier ist das. Ich erinnere mich. Hier ging es irgendwo, nee, hier kam man wieder raus. Man konnte sich hier irgendwo fallen lassen. Ja, hier sind wir richtig, zwei Hunde. Einmal der Regen und einmal das hier. Was hat das eigentlich mit dem 500-Kanal-Kotter-Veprag eine Tieraufsicht? Genau das, was draufsteht. Wie lange kann man Ultra-Kill rechnen? Im Moment gar nicht, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Aber wenn ich das spiele, dann erwarte ich, dass es auch genauso ist wie in dem Video. Oh, 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 oh. Du hast mir einen Braille-Divine-Ton. Jetzt kann ich neue Geschichten von Mirackeln erzählen. Geschichten von größeren Mirackeln können ziemlich die Ethik sein. Welche Spaß wir werden. Du wirst den Arbeitsbereich an der Mine ab. Deshalb ist da auch die Leistung anders. Weil da immer die Chance besteht, dass ein leeres Feld ausgewählt wird. Ja, ok. Und jetzt? Jetzt müsste die Quest doch eigentlich weitergehen. Aber reicht es, wenn ich ans Lagerfeuer gehe? Muss ich reisen? Schauen wir mal. Weil dann brauchen wir sie nicht mehr. Zumindest nicht zum Leveln. Ja, ich habe es verstanden. Du warst eine Nonne. Hallo? Eigentlich müsste es das gewesen sein. Probeeren wir es nochmal. Wir müssen wohl anscheinend erste Quest machen. Ich muss vielleicht mal ein Video über die Nahtoderfahrung machen, aber das finde ich lohnt sich erst, wenn ich die 2000 Tage voll habe, allein schon für den Titel. Und da ich im Moment dafür wenig Motivation habe, ich sitze ja immer noch da. Hast du schon herausgefunden, wie gut ChatGPT in S4 ist? Nein. Nein. Also irgendwie ist kein Trigger gelistet, wie die Quest jetzt weitergehen soll. Vielleicht muss ich einen Boss legen, aber das ist eigentlich immer dokumentiert, wenn das erforderlich ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wäre uncool, jetzt drauf zu gehen. Tschüss, Amber. Na, schön mit dir. So, wir wollen erstmal nur ihn. So, wir wollen erstmal ihn. So, wir wollen erstmal ihn. Kannst du ihn dann bitte jetzt richtig backstabben, ohne an seinem Schild abzuprallen? So, wir wollen erstmal ihn. Au. So. Silver Night Shield. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht so viel. Okay, hier ging es nicht rein, wir mussten auf der anderen Seite. Hallo, legt ihr noch ein Item? Nein, okay. Nur eine Spiegelung. Ach je. Unser alter Freund. Ich bin hier in der Moment. Au. Mensch, wie viele hier auf einmal rumlaufen. Geh. wir öffnen die tür das ist jetzt gerade wichtig aber das fies fies wenn der shortcut ist jetzt offen das heißt wir haben schon mal fortschritt gemacht aber ok jetzt ist es auch ist es draußen moment was auch bevor wir zweimal zurückgehen so das machen wir gleich aber jetzt habe ich noch ein erstes schlitter so 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 haben wir es jetzt muss wirklich erst ein boss sterben ich habe alles von ihr gekauft sogar den ring mehr hat sie für mich nicht ja vielleicht reicht es ja den boss in der beschirung zu besiegen wenn wir glück haben ja vielleicht reicht es ja den boss in der beschirung zu besiegen so Das war's für heute. Das war's für heute. Zugebombt. Ach so, Scheiße, der nimmt ja... Der nimmt Anri ja richtig auseinander. Okay, gut. Okay, er trinkt Estus. Ich wollte schon sagen, der nimmt ja Anri richtig auseinander. Wie war das in der entferntesten Ecke? Seit wann ist der... Okay, also ich weiß, dass der Angriff gefährlich ist, aber seit wann ist der denn so krass? Äh, Moment. Wie ist der normale Spermvergleich? Weil den kann ich ja noch buffen. Den sollte ich vielleicht mal auf Dings bringen. Ich hab hier... 240 Damage. Den kann ich auf... Müsste ich ja inzwischen auf plus 6 bringen können, oder? Wie viel großes Titanit hab ich? Ja. Okay, machen wir mal. Okay, what? So. Ja, die sind sich vom... Äh, vom... Damage her ist recht ähnlich und ich kann den buffen. Spook bringt uns gerade nichts. Spook bringt uns gerade nichts. Das Tolle ist, wir können unsere... Unsere Sachen nicht, äh, unsere Seelen nicht verlieren bei dem Kampf. Sagen wir, Anri helfen. Das heißt, im Moment bin ich eigentlich ganz, äh... Okay damit, mit so vielen Seelen rumzulaufen. Hmm? Gut. Okay. Hm? Okay. So. So, du hast aber Okay, nee, du hast auch den Schildsplitter, alles klar Das ist okay 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 Okay, ich kann hier nicht eine Ember nehmen Stream ist plötzlich stumm Das kann aber eigentlich nicht sein Also OBS hat weiter den Ausschlag Okay Okay Alles klar Hört man mich? Ich habe meine Kopfhörer aus Okay 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 Also wenn dieser eine Angriff nicht Okay 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 Aschenestus kriege ich auch nicht Okay 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 Dann mach mal Okay 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 Anri Lass dich jetzt bitte nicht abmetzeln Mir reicht es wenn ich meine Gesundheit im Auge behalten muss Okay 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 Macht wieder den da Konzentriert sich auch auf Anri Der wird davon aber auch nicht auseinandergenommen Der Angriff wird uns gleich so was von auseinander nehmen mehrmals So, der geht jetzt bestimmt auf mich, oder? So, seine Quest müsste damit jetzt zu Ende sein. Wir können jetzt, wenn ich recht habe, eine Waffe abholen. Die wir zwar nicht verwenden, aber das wäre okay. Wenn wir Glück haben, zählt es auch als Boss für die Zwecke von Irina. Falls das der Grund ist, weil ansonsten wüsste ich jetzt echt nicht, was Sache ist. Jetzt immer noch hier. Was stimmt nicht mit dir, Girl? Ich habe all ihre Sachen gekauft. Die anderen Sachen darf sie nicht haben. Ich verstehe es gerade nicht. Muss ich erst mit ihr, mit dem? Okay, ich will jetzt sagen, dass sich der andere Typ, der sie vorher beschützt hat, dann das Leben nimmt. Wo stand der denn? Der stand irgendwo hier in... irgendeiner Ecke. www.youtube.de Ne, steht aber auch, also er wird in Irinas Art Hotel erscheinen, aber erst nachdem er einen Dragonslayer erledigt hat, soweit sind wir noch lange nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, nein, das bringt noch nichts. Ah, ich habe nicht gesehen, dass es zwei verschiedene, ich habe mich schon gewundert, dass das so einfach wirkte. Schade, dann können wir noch nicht bei ihr leveln. Ausdauer wäre gut für den Kampf gegen Aldrich. Aber Int wäre auch wichtig für mindestens einen zukünftigen Kampf. Also es gibt einige Kämpfe in dem hier, die mir Sorgen machen. Okay. 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 Jetzt teleportiert er sich schon. Und zwar nach da rüben. Okay. 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 Jetzt macht er den Angriff schon zweimal hintereinander. Okay. Okay. Bye. Johann låne. Das nimmt alles links zu sonstwas. Well, jetzt muss ich wirklich hingeweln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, der Angriff ist jetzt richtig schlimm. Okay, der Angriff ist jetzt richtig schlimm. Also, so ein Speer mit Magie Waffen zu wollen, bringt irgendwie einfach rein gar nichts. Also, wenn man den Pfeilangriff ausweichen will, dann muss man natürlich auch die Kamera drehen und sieht dann nicht, was er macht. Und er spammt diesen Angriff, das kommt noch dazu. Heilt er sich? Kann das sein? Hört er jetzt mal auf mit dem Scheiß? 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 Haffe ich erwähnt, dass das nicht einer meiner Lieblingsbosse ist? Ah, das gibt aber jetzt nicht wirklich was, was ich dagegen machen könnte, ne? Jetzt sind alle kacke. Wenn der Estus Ring bringt uns noch ein bisschen was. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir dürfen nicht nicht zulassen, dass er seinen Bogenangriff spammt. Das heißt, wir müssen in seiner Nähe bleiben. 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 Okay. Das ging ja sogar noch. Man darf nur nicht zulassen, dass er seine Angriffe frei auswählt. Aber jetzt wird's richtig eklig. Die Tür flog. Und wartet als der letzte König. Der Prinz Lothric ist in deinen Handeln. Bitte schreibe seine Züge. Sie müssen in seiner Nähe bleiben. Ich finde, hier hätte man einbauen müssen, dass man irgendwie geskriptet, dass man Estus wiederkriegt. Weil den Kampf hier, wenn man gerade von Aldrich kommt, oder selbst vom Yhorm. Ah, okay, der Kampf beginnt noch gar nicht direkt. Das ist gut. Er macht uns einfach kaum noch Damage. Guckt euch das an. Gefühlt hätten die uns vor zwei Streams, drei Streams noch, äh, noch gewoneshottet. Das ist gut. Ähm, ja. Moment, wir müssen einmal leveln. Hier ist unsere Feuer-Weifu. Ja, Endurance ist immer noch, wäre immer noch Goat. Zumindest, es lohnt sich halt nicht wirklich in so ein Hybrid-Bild reinzugehen, das finde ich ein bisschen ungünstig manchmal. So, es gab noch einen Regen, dass wir unsere Zauberlänge halten, das sollten wir zumindest mal holen. Oh mein, du hast ziemlich viel die Erkrankung. Das ist ein Skrull des prodigiosen Big Hat Logan, ein mastervoller Zauberlänger, lange erzielt in Wienheim. Und jetzt haben wir einen Skrull, gerade hier in meiner sehr Hand. Moaning Storm Mass, irgendwas interessantes, nicht wirklich, oder? Pestilent Mist ist halt gegen einen Boss wirklich gut, aber gegen das, wenn wir hoffentlich etwas anderes haben. Hidden Body ist nicht übel. Ja gut, dafür brauchen wir dann schon wieder zu 30 Int. So, bevor wir uns der Tänzerin stellen, gucken wir nochmal gerade, was bei dem Aldrich Bonfire, da lagen noch ein paar Sachen, die wir will ich mir nochmal angucken. Ach, es wurde sogar, Mensch, das ist ja mal herzallerliebst, wir müssen nicht extra hinlaufen. Das Lagerfeuer gilt als aktiviert, obwohl wir es nicht selber aktiviert haben. Wundervoll. Genau, hier gibt es den einen Ring, der uns HP Regeneration gibt, oder? Ich meine, das war hier, wo Gwenevere gewesen wäre. Genau, so, weil, dann... Mach das, finde ich, mehr Sinn. So, sind hier sonst noch Sachen? Hm. So, schauen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist glaube ich nicht das Sperrmove- Doch, also Der leichte Angriff beim Zweihändigen Der ist Glaive Was aber glaube ich auch besser ist Einfach weil du damit mehrere Gegner treffen kannst Der Rest ist Sperrmove-Set Oder müsste Sperrmove-Set sein Zumindest wenn ich es zweihändig mache Okay, jetzt wird sie zum Blade Und ich habe auch kein Mana mehr Alter, was hat die für eine Range Also laut Wiki Das ist das, was Ja, ist okay Ist okay Ist okay Okay ich bin dancer wie gesagt extrem nervig zu lesen ich glaube ich habe sie in meinen ng plus runs auch immer geschießt mit den ganzen zaubern die ich dann schon hatte es gibt ja ich immer für jeden boss irgend eine strat die den total trivialisiert und das hat dancer auch schwingen bewegen kann ich ja schon ich sag ja diesen lebendes beyblade und abspielen habe ich was also wenn es hart auf hart kommt muss ich sie gleich einfach schießen aber dafür sollte ich vielleicht auch einen anderen ring nehmen also nicht den sondern irgendwie der bringt der ist halt so underpowered generell es gibt so viele ringe in darks wo ich mir denke die sind vom prinzip her wären sie cool aber ihre stats selbst teilweise wenn sie plus drei versionen haben geben es einfach überhaupt nicht her so vielleicht macht es mehr sind sie am ende mit mit den soul arrows besiegen zu wollen plus drei versionen sind ganz echt besser also es gibt das kommt halt auch sehr auf den ring an manche die ringe sind halt echt gut also manchmal das gefühl from soft hat ein gefühl für zahlen was nicht stimmen kann weil die ganzen angriffe mit und so müssen ja auch irgendwie organisiert werden aber ihre spielbalance ist halt auch sehr in stein gemeißelt ergibt nicht immer sinn also auch was waffentypen und so angeht dann haben sie an darks und drei wie pois komplett sinnlos gemacht was ja soweit geht dass leute denken es gibt einfach schlicht in dem game kein pois mehr ja okay und tschüss ja die sei wie in elden ich weiß nicht wie elden ring pois handhabt aber in darks und drei es ist eigentlich fast egal was du für eine rüstung handelst du wirst dauernd gestackert ich weiß nicht wie es genau funktioniert die meisten leute denken halt es gäbe es schlicht nicht mehr das ist nicht so ganz richtig aber über die art und weise wie pois funktioniert wurde in darks und drei geändert und dadurch ist es im prinzip sinnlos geworden auch immer nett wenn man zwischen boss und level geometrie hängen bleibt wie ist mein dings gelevelt mein sorcerer staff okay der ist auf plus 6 weiter kriege ich im moment auch nicht ich bin ich ein kopium ein bisschen ich weiß nicht manche boss angriffe also auch vorhin mit aldrich also wenn er vielleicht ist es auch gewollt bei aldrich weil man da an ihm dranbleiben soll aber sobald er seinen pfeil angriff macht und du dem versuchst auszuweichen musst du eigentlich die kamera so drehen dass du aldrich nicht mehr siehst und nicht mehr siehst was er macht und dann treffen sich halt all seine angriffe und hierbei generell bei den bossen die halt wesentlich größer sind als selber seit auch teilweise sind die einfach die animationen so ausladend es gibt so ein paar boss die werde ich wahrscheinlich nie im nahkampf machen also zumindest nicht mit so einem bild weil ich meine ich verzichte ja hier offen schild weiß nicht zu anderen passt das ist halt natürlich sehr suboptimal halt wäre einfacher als gundi wenn er nicht den pfeil angriff hätte ja aber ich finde also gerade in seiner zweiten phase hat der angriff also er dauert ewig und hat absurdes tracking teilweise ich weiß wie man ihn ausweicht aber daran hast du halt das problem dass du halt nichts mehr siehst und dann trifft dich halt wirklich alles andere ich hätte das gefühl das gefühl dieser ring der meine zauber zeit verkürzt bringt auch so gut wie nichts und ich wäre schon teilweise froh wenn man diesen wenn man die vorteile als mild bezeichnen könnte sonst werden builds extrem spezialisiert aber auch das kann eine form von skill sein ja wie soll er ist aber die heavy version sind auch wie auch nur das was man verwenden soll irgendwie weil der rest wird durch rüstung komplett zerfetzt wird und wenn die ringe nicht den spielstil verändern können dann hast du halt echt dass du halt nur reines dead boosts drauf packst so jetzt wer zum beyblade aber sie trifft uns trotzdem viel zu viel und soul speer bringt dafür brauchen wir dann wieder 32 int davon sind wir meilenweit weg die schwung ziehen menschen weg in fair and keep ja die waren zum teil auch ein bisschen fies das stimmt da gab es auch ein zwei der hat ja auch die haben ja die ganze hat ihren grab angriff gespammt ich kriege gerade echt die krise mit mit der lady hier magie kann ich eigentlich komplett vergessen jetzt finde ich auch mal bei den dlc sachen schnell ich glaube gerade dark souls 2 hat das ja wie das die ganzen dlc gegner wie alle massive resist gegen gefühlt alles haben was mache ich für den das ding ist ich für den shield ja nicht verwenden mit dem optimierten bild wäre das ja auch kein problem weil dann wäre ich wahrscheinlich auf die auf irgendeine op waffe gegangen mit irgendeiner op combo dancer früh gelegt rothric chunks waffe auf 10 dann ist der rest des spiels bis zum bestimmten punkt zumindest halt erstmal deine bitch aber ich glaube sperre sind hat auch so ein bisschen darauf ausgelegt dass man sie eigentlich mit zusammen mit einem schild verwenden soll und das machen wir halt hier nicht okay sie bitch lappt uns jetzt einfach einmal hier durch schild ist ein cringe ja sorry das kann halt nicht jeder einen dodge roll bild spielen also finde ich auch ein bisschen lame und ich finde es sehr auch sehr lame wenn bosse genau darauf ausgelegt sind während das spiel gleichzeitig mir sagt dass magie und nahkampf und so alles valide spielstile sind das muss doch irgendwas geben so pass auf den ring wir haben aber nichts anderes muss sorcery ist ja gut aber der bringt wahrscheinlich 10 prozent oder so magie und nahkampf ist die einzige spielstile ist magie ist aber auch zugegebenermaßen du hast eine knarre und sonst niemand und so spielt sich das spiel dann halt auch das spielstile ist auch so ein ding das bringt gar nichts so wenig wie das dann bringt an dem punkt wo es dir was bringen könnte wie viel wie viel death kostet mich der blood ring hallo habe ich denn jetzt ausgerufen boost rolling invincibility ja da ich ja eh keine treffer einstecken kann kann ich auch direkt den nehmen ja ich weiß dass nämlich damage negation kostet aber aus dem es wurde nicht ersichtlich wie viel also ich weiß dass die prisoner's chain die zeigt hier an wie viel damage absorption dich kostet wirklich viel ja ich aber ganz ehrlich sie one klappt mich ja sowieso schon gefühlt da kann ich auch committen man kommt aber auch einfach nicht aus ihrer angriffsreichweite raus ich finde es sehr schwer einzuschätzen wie hoch ihre reichweite wirklich ist das ist Und tschüss. Kann man sie reposten? Weil das sah gerade irgendwie für einen Moment so aus, als hätte ich sie gestaggert. Lernst du ja nur über Stagger? Ja, das meine ich ja, aber es geht, oder? Das Ding ist, um das hinzukriegen, musst du halt auch genau wissen, wann sie staggert. Weil wenn du es hörst, ist es eigentlich schon zu spät. Das Ding ist, um das hinzukriegen. Nicht repostable. Uff. Okay, aber langsam kriege ich raus, wann sie ihren Step-Angriff macht. Ich muss aufhören, was machen zu wollen, wenn sie gerade gelandet ist. Oh. Okay, ich dachte vor meinten, ich wäre gestorben. Oh. So, wo ist das, wo ist das Bonfire? Ich meine, was wir später noch machen können, ist Seelen eintauschen, um unser Level noch ein bisschen zu pushen. Ich weiß halt nicht, wie viel mir die einzelnen Level-Ups im Moment bringen. Reicht das für drei Level? Endurance ist eigentlich immer gut. Was ist der Name des Kings Swordspeer? Worauf mit skaliert der? Das hat der Name des Kings Swordspeer? C mit Dex. Und mit... schon mit Fa'v. Und ansonsten halt D mit... mit Stärke. Ist halt alles nicht geil. Ich gehe auf Int. Warte, hast du nicht gesagt, dass du das Spiel irgendwie schon 13 Mal durch? Wie hast du noch nicht Platin? Wozu braucht man Patches, um Platin zu kriegen? Was braucht man von dem? Platin ist ein langer Prozess. Ich habe es auf Steam gemacht. Also von daher. Oh, man braucht alle Emotes. Stimmt. Stell dir vor, du bist der Typ, dessen Job es ist, Statuen zu machen, die sich selber die Kehle aufschlitzen, wenn man irgendwie ein Gefäß dahin stellt. Ja, alle Spells brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, das ist der Grund, warum ich die ganzen Covenant-Grinds so schrecklich finde in Dark Souls. Also abgesehen davon, dass es mega-Grindy ist, sind die Spells, die du davon kriegst, auch eigentlich fast alle scheiße. Deshalb meine ich ja, das Balancing ist nicht immer so geil. Und was ich ein bisschen uncool finde, ist, dass man halt so viel auf einem Charakter machen muss, um Platin zu kriegen. Weil du das Spiel ja mindestens zweieinhalb oder dreimal durchspielen musst, im Fall von Dark Souls 3. Und in Dark Souls 1 finde ich das besonders schlimm, weil du nicht respacken kannst. Das heißt, du kannst im NG-Plus nicht mal ein anderes Bild ausprobieren. Wobei ich dann, als ich in Dark Souls 2 und 3 halt so weit war, dass ich dann NG-Plus gegangen bin, bin ich auch nur noch durchgerusht. So, wir aktivieren kurz das Bonfire, aber danach möchte ich erstmal in den Garten zu Osiris und in die Untended Graves. Au. Und tschüss. Und ich muss jetzt noch ein NG-Max... Moment, was willst du denn? Was fehlt dir denn jetzt? Ich muss Patches kriegen. Ich habe Patches in dem Fall auch bei der Kathedrale verpasst. Er kommt aber auf jeden Fall. Dann sagen wir, dass ich ihm nicht vergebe. Aber ich glaube, kriegt man die Geste nur so? Ich dachte, wir kriegen auch noch durch den, wenn man mit ihm redet. Dazu muss ich Deacons töten. Ich glaube, die Deacons müssen nicht tot dafür sein. Weil in der Kathedrale kommt er dann nämlich nicht mehr. Das hatte ich nämlich hier in dem Run. Ich habe ewig gewartet darauf, dass ich ihn finden kann. Aber ich habe die Sachen in der falschen Reihenfolge gemacht. Dann kommt er nämlich erst, wenn du in Firelink in den Turm reingehst. Ich weiß überhaupt was, was der hier macht mit seiner mit seinem After Effect da. Dann Firelink in den Tower. Okay, dann muss man die Deacons erst töten. Das Ding an den Deacons ist, die sind ja an sich nicht mal schwer. Aber wenn du halt eine Waffe hast, die nicht so viel Damage macht, ist das krass. Ach so, mag ich Deacons nicht. Bistus Splitter, sehr schön. Ah, das sind schon wieder die Viecher. Ich hasse. Die da finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen mag ich auch die zweite Phase von Jodex Gundy nicht, weil du kannst deren Angriffe einfach nicht lesen. Und es ist sehr schwer abzuschätzen, welcher Teil von ihrem Körper jetzt eine Angriffs-Hitbox hat und welcher nicht. Titanit-Splitter. Also, die Brocken waren das so. Willkommen im nächsten obligatorischen Swamp-Level. Mich dürfen gerne viele junge Männer ganken, aber viele alte Christen niemals. Uff. Aber verständlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Human Pine Resin? Nope, nope, nope Wieder die Chunk, also Brocken Nope, nope, nope Lass mich einfach in Ruhe Ich will nichts von diesen Viechern wissen Okay Okay, ich dachte es wäre hier In irgendeinem Aufzug ist ja auch irgendwie unten noch ein so verstecktes Fach Gemeinsamkeiten von Katholiken und den Deacons Wollen mich töten? Wollen mich nur besprochen weil ich minderjährig aussehe? Wir haben rote Augen Haben wir hier noch irgendwo... Ne, das macht nur... Damit kriegen wir Toxic nicht weg Toxic und Poison zu trennen ist auch irgendwie... Das ist so eine seltsame... Abstufung Ich weiß nicht ob die sein musste Hallo, kommt der? Will der mich nicht? Will der mich nicht? Ich mag das Wirken, es ist einfach zu bitter Peter Peter Nietzschuppe Können wir noch brauchen Äh, pass auf Wir machen die Tür auf Es ist so gut, dass man unverwundbar ist Ja, man Türen öffnet Wir machen die Tür auf 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 So, dann müssen wir uns jetzt nur noch Einen Estor-Splitter führen Ich glaube der ist im Lothric Castle Das ist es, wir machen die Tür auf Wir machen die Tür auf So, jetzt ist das ja nicht offen. Dann können wir noch das hier mitnehmen. Mensch, jetzt werden wir mit den Chunks aber zugeworfen. Wow. Ich glaube, dass ich heute nach meinem Worker-Mode aktiviert habe. Was? Hä? Jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch. Ah, stimmt. Hier war noch so ein Geheingang. Dragonscale-Ring. Was machte der? Ring of Evil Eye. Reduces damage from Bax. Oh. Arbeiten nachts oder abends, dass ich dann komplett vergesse. Ich arbeite und vergesse dann, dass ich gearbeitet habe. Das klingt wieder wie German-Let's-Play. Okay. Ah, du schlauchst, schlauchst. Du hast endlich bemerkt, hast du? Der Macht des meinem lieben Ocelot, Kind des Dragons? Na gut, ich will nicht ihn auf, denn er ist alles, was ich habe. Das ist auch so Dark Souls Lore. Der König ist jetzt einfach mal ein Drache. Nicht hinterfragen wie, ist einfach so. Mach mal die Musik aus bei Consumed King, warum? Ganz ekelhaft in Phase 2. Ja, das ist irgendwie mit dem... Hört man nicht irgendwie das Kind sterben oder so? Ja, das stimmt. Er zermatscht das Baby. So, er dürfte gegen Magie... Ja, er ist relativ resistent gegen Magie. Ich muss Patches nicht hier... Also Patches hatte ich eigentlich nie Problem. Die sind mit das Schlimmste am Dark Souls zu 100% ist immer der Covenant Grind, also die Items davon. Weil die dann irgendwie ein Rare Drop von irgendwelchen Gegnern sind, die es nur an einem Ort wirklich gibt. Die dann auch nur an einem Ort... Also die musst du dann farmen. Also du kannst nicht davon... Das finde ich immer nervig, denn du nicht davon ausgegehen kannst, dass du nach normalem Durchspielen einigermaßen einmal Frostshot gemacht hast. Covenant Grind war das Schlimmste, fand ich. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber... Es sind ja einige... Es sind ja einige Sachen, die du davon brauchst. Vielleicht durch Multiplayer schon 26 dieser Proof of Conquered Cap. Ich finde Dark Souls PvP ehrlich gesagt nervig. Aber die Leute, die wirklich auf PvP gehen, dann haben auch entsprechende Builds, wo sie halt entweder halt... die krass OP-Zauber haben. Oder halt durch alles Dodge rollen können. Und für jemanden, für den PvP wirklich Nebensache ist, ist das halt echt kacke. Ja. Ich glaube, es gibt sicher nur ein paar Kor rash. Hier ist doch nur ein Problem. Und... einfach nur ein Problem. Hier ist doch ein Problem. Ein Problem. Guck mal. Ich finde den Weg noch mal. Ich bin völlig sicher... Ich bin ein Problem. Ich bin völlig wichtig. Ich bin völlig sicher. Ich bin ganz sicher, ich bin völlig sicher. Ich bin völlig sicher. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist so schwer. Das müsste eigentlich voll machbar sein. Ich glaube, bei ihm darf man keinen Lock-On machen, weil er so groß ist. Kann man Osiris den Schwanz abschlagen? Nee, oder? Weil dann wird er ja seinen Tail-Swipe zumindest verlieren. Und wieder hier Horizon Zero Dawn. Hey, bei den ganzen anderen Drachen, äh... Vor allem in Dark Souls 1 ging das. Also Dark Souls 1 besonders und zum Teil auch Dark Souls 2. Wenn es einen Schwanz hatte, konntest du ihn abschlagen. Für den Dark Souls 1 bekamst du ja sogar noch fast immer eine Waffe dafür. Aber nur, dass du sagst... Nee, nicht nur. Also wie gesagt, Dark Souls 2 hat es auch. Also du bekommst meistens keine Waffen... Nee, du bekommst keine Waffen dafür, aber... Du hast den Boss halt damit spürbar geschwächt, weil er dann bestimmte Angriffe verloren hat. Müffa hat es auf jeden Fall. Die verliert dann irgendwie ihren... Einen Angriff. Ich glaub, Sin... Jetzt muss ich überlegen, so viele... Boah, so... Bei denen das... Da hast du noch so Rotten, da kannst du die Arme abschlagen. Das sind schon ein paar. Okay, den Fahrstuhl müssen wir selber... Müssen wir wieder nach oben schicken, bevor wir zu Osiris weitergehen. Ah, ich beginne mir Sorgen zu machen. Über die nächsten Bosskämpfe. Also... Gundir mach ich mir nicht so große Sorgen drum, weil ich find seine... Wie gesagt, seine erste Phase eigentlich angenehmer als seine zweite. Und ich meine... Champion Gundir ist ja im Prinzip nur... Gundir Phase 1 mit ein paar extra Moves. Das war's. Ich stell's mir geil vor, so, äh, so'n Human, äh, Grub zu, mein, sonst hast diese, diese Viecher, die vor seiner Kamera, nicht vor seiner Kamera, vor seiner Kamera rum, aber vor ihrer Kamera rum, äh, rumschleimen. Alles klar, habt ihr nur War-Fetischisten gefunden? Weil, nee, das ist nicht War, ne? War ist ja, wenn man, ist doch, wenn man selber verschlungen wird. Wo war's dann noch, ja, wo war's doch, wenn man selber verschlungen wird, nee, das war, Mess-Fetisch, so rum. Dann, hä, was, oder meinen wir nicht die gleichen Gegner? Ah, okay. Okay, nee, dann hab ich's vertauscht. Meinen wir den gleichen Gegner? Weil ich dachte jetzt an diese, an diese, äh, diese Viecher, die im Prinzip nur noch, äh, wegrollen sind. Es ist nicht Speck, ich will gar nicht wissen, was das bei den Viechern alles ist, also, ich denke, der ganze Ort ist ja, äh, schon, uff. Ah, gut, Magersucht ist, ist fies. Organe, Flüssigkeit, oh ja, deswegen, also, da noch die Kacke von den, von den Riesen wahrscheinlich, die da rumstanden. Jetzt kommt Wommel. Patches ist da, endlich. Ist doch gut. Wenn ich jetzt noch hier. Ich mach auch einfach keinen Damage. dass, was ich das war. Untertitelung des ZDF, 2020 Zurück zu den Human Grubs Ups Uff Das hängt natürlich auch mit Dwarf zusammen, wenn ich mal nachdenke So tief bin ich in der Dark Souls Lore nicht drin Dass ich jetzt wüsste, was es mit den Viechern auf sich hat Also außer, dass sie für Rosaria wahrscheinlich simpen Die Riesen müssen ja auch was essen Naja Ich hab das Gefühl, Nahrung ist in Dark Souls nicht so ein Problem, wenn du untot bist Ich meine, du hast Estus-Suppe Aber ich glaub, das ist halt auch Eher was Psychologisches dann Die Riesen sind nicht unkindled Naja, aber du musst ja, glaub ich, nicht unkindled sein, um untot zu sein Unkindled sind ja nur die, die mal versucht haben Das Fire zu linken Okay Da hängt er mir ein bisschen Gut der drin Ups Manchmal hab ich das Gefühl, aber auch Wenn man so einer Kette ausweichen muss Fühlt es sich zum Teil sehr glücksabhängig an Ob die Angriffe dann Connecten oder nicht Ich dachte gerade für einen Moment, ich hätte ihn gestaggert Jetzt hab ich alle Trophäen Ja, ich muss sagen Auf Achievements gebe ich tatsächlich nur was, wenn sie bei Steam sind Au Au Reiße Kommt jetzt nicht drauf Nicht drauf gehen, komm Ach, geschafft Das war viel knapper, als es jedes Recht hatte zu sein Dann müsste ich Habe ich jetzt auch die Geste gelernt Oder kommt die noch für The Arch Dragon Peak Das war viel knackig Das war auch die Geste Es war viel knackig Ich weiß, nicht drauf Ich habe dich Ich habe dich Auf die Liste Alex ist hier ne Fetisch. What? Das ist schnell eskaliert. Aber hey, ich kingschame nicht. Nicht, man klingt alles gut. Ne, aber auf den Tag so zu 100% ist Schord immer sehr nice. Hello? Okay. Habe ich gerade klingt gehört? Oh, jetzt auf einmal ist Creative Element wieder da. Ha, einfach so Dragon. So, dann kommen wir gleich zu Dings. So, du bist ein Mimic? Nein, du bist kein Mimic. Alternate Scale? Wie viele von denen haben wir jetzt? Wir brauchen insgesamt acht von denen, um Astor Spear auf plus 5 bringen zu können. Noch ne Scale. Warum packt man nicht einfach beide in eine Kiste, wenn die so nah beieinander sind? Untended Graves. Bin gerade nebenbei damit beschäftigt, an einem geheimen Projekt zu arbeiten, wofür ich gejagt werden würde, wenn es funktioniert. Okay. Creepy. Untended Graves ist ja auch so eine komische Geschichte, weil es tatsächlich der gleiche Ort ist wie, äh, wie, äh, Cemetery of Ash. Also auch technisch gesehen, aber der Ort verändert sich dynamisch, je nachdem von wo aus man ihn betritt. Was ist das so eine secondo-karte? No, do, 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 do. Do, 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 do. Also wie gesagt, ich glaube standardmäßig ist Cemetery of Ash geladen. Aber wenn du diesen Weg, von dem wir gekommen sind, kannst du nur gehen, wenn du von Consumed King's Garden kommst. Und wenn du von da kommst, ist irgendwo ein Trigger, der halt hier stattdessen dann Untended Graves lädt. Also theoretisch kämst du, glaube ich, auch mit Flyhack, glaube ich, von Cemetery of Ash durch den Weg darüber. Let's hold of a Crestfallen Knight, wir gehen nochmal gerade in Spawnfire. Entschuldigung. Out. Es ist kritisch, wenn ich im Keller ein menschliches Gehirn züchte, was dann am PC angeschlossen ist, für mich arbeiten muss. Es ist kritisch, wenn ich im Keller einsehnte, was dann am PC angeschlossen ist. Okay. Okay. Besprechen wir gerade in meinem Chat die Logistik dahinter, ein menschliches Gehirn zu züchten und an einen Computer anzuschließen? Nicht, dass ich was dagegen hätte, ich find's cool, aber nur um das kurz zu bestätigen. Boah, ich hasse diese Runde. Halt'n viel zu viel aus. Außer allem Echendismus der Samo-Wirken von CO2-Dre... ... und balanciert... ... wenn ich Wasserstoff, Sauerstoff zu schürt. Oh. Na gut, dann ist mein Chat da jetzt verwendet wird. Habe ich kein Problem mit. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, wofür der eigene Chat verwendet werden kann. Okay. So. 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 Wieso ist hier eigentlich gerade alles so krass, dass... äh... ... dass mich hier gerade alles einfach instant killt? Ich muss... aber die Diskussion bringt mich irgendwie gerade dazu... an eine Star Trek Voyager Folge zu denken... ... wo künstliche Organe eigentlich die offensichtliche Lösung gewesen wären. Wir sind jetzt die wichtigste Einstellung des Gehirns und Bewusstseins. Es ist immer versucht, positive Neurotransmitter zu bekommen. Das Problem ist, wenn du eine KI... du kannst eine KI programmieren, die so handelt. Wenn du dann, äh... ... noch, äh... eine externe Belohnungsmechanik drin hast, die irgendwie nutzergesteuert ist. Ja. Problem ist, dann hast du auch... ... dann hast du immer noch keine Intelligenz in dem Sinne, dass z.B. die KI in der Lage wäre, Moral zu unterscheiden. Das wäre dann eine sehr hedonistische KI. Selbst Backstabs fügen denen einfach keinen Damage zu. Die poisen sich durch alles, was ich mache. Also... Was ist an der KI im biologischen Konstrukt eher ein ethisches Problem für viele? Ja. Wo man sich bei KI halt auch wirklich fragen muss, wann der Punkt erreicht ist, wo man ihr die Rechte eines Menschen zugestehen muss. Case in point, Star Trek Next Generation, wem gehört Data? Wir kriegen es nicht hin, die beide einzeln zu pullen, oder? Ich seh nix. Ich seh nix. Hatte ich ne Backstab und hab sich korrekt getriggert. Wow, 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 wow. Jetzt hab ich die Hunde hier. Aber ich muss zumindest eine von denen wegkriegen. Titanite Scale. Oh hey, die Exe tötet die Hunde für mich. Wie nett. Diese ist mir auch nicht so, dass ich damit die Weltherrschaft haben will. Hast du das gesagt? Was soll ich denn auch dazu tun? Die Power Rangers kontaktieren? Ich glaub, die kennen sich mit Gehirn in nem Glas aus. Was soll ich mit dem und mit dem? Ich hab das. Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? So, damit müssten wir jetzt den Speer auf plus 5 bringen können. Jo, und sogar noch die nächste Bosswaffe auf plus 1. Ah, es ist gut zu sehen, nicht wahr? Ja, es ist gut zu sehen. So, gibt es das Bonfire, was hier nachkommt noch? Ich fände es uncool, jedes Mal durchlaufen zu müssen, wenn ich zu Champion Grundy will. Okay, na, das Bonfire fehlt. Wäre ja auch zu einfach sonst. Okay. 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 die frage ist halt auch warum sollte man einen biologischen computer haben wollen also damit sind ja so viele herausforderungen verbunden was erhofft man sich davon so Ah, Champion Gundy ist cool. Musik ist auch extrem cool. Musik ist auch extrem cool. Musik ist auch extrem cool. Jetzt müsste man parieren können. Dann wäre er, glaube ich, meine Bitch. Ja, das leere Offend geht gar nicht, ne? Ja, das leere Offend geht gar nicht. Okay. Okay. Jetzt habe ich ein theoretisches Konzept, wenn man so eine Zeitreise machen könnte. Geht eigentlich nur noch, dass du deiner Freizeit Krebs heilst. Ach, übrigens, ich habe ein bisschen Offscreen gegrindet. Habe ein bisschen Offscreen gebaut, keine großen Sachen. Nur ein funktionierender Quantencomputer. Auf dem man Minecraft spielen kann. Okay. 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 hTheor. Okay. 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 Konzept ist Wir haben es fast Boom Hey, so im zweiten Anlauf Das ist gar nicht mal so übel für den Boss hier Ich wusste, dass es funktionieren müsste, aber ich habe keine Schmerzen Ich weiß, dass Star Trek Discovery das in der sehr fernen Zukunft uns extrem gebracht hat Was aber voll Sinn ergibt, weil im Kontext des Universums ist es ja bereits möglich Allein schon für den Transporter Menschen in ihrer Atome zu zerlegen Und ein Star Trek Discovery-Wirter hat gezeigt, wie auf die Weise praktisch Ein Mensch so zerlegt wird, um ihn halt medizinisch zu scannen Moment Einen auf Spooky Die Dudes hier werde ich noch farmen müssen Wie ich mich schon da drauf freue Wahrscheinlich haben die auch total beschissene Dropraten Ich laufe hier gerade mit 100.000 Seelen rum, das ist auch, äh, nicht gerade clever Ich glaube, ich könnte mein Konzept für Zeitreisen offenlegen, da es wahrscheinlich eh niemand umsetzen kann Ich glaube, da bist du ziemlich safe Ja Das ist ja 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 Okay. 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 Muss man hier nicht auch in den Turm rein? Erstmal lesen. Ja, es wird wild hier. On a drink. True. Das Ding ist aber selbst in einem großen Radius, dann geraten halt alle die Sachen, die halt durch ihre Schwerkraft miteinander verbunden sind, halt komplett aus den Fugen. So, sagen wir mal, dein Radius reicht, um die Erde eine Stunde zurück zu versetzen. Ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich bei einiger Anwendungen keine große Sache. Aber wenn du es öfter machst, stimmt irgendwann die ganze Konstellation im Sonnensystem nicht mehr. Wenn du das ganze Sonnensystem nicht einschließt, hättest du vielleicht Glück, weil dazwischen vielleicht genug, dazwischen dürfte ja genug Lehrerraum sein. Ich meine, Proxima Centauri ist, glaube ich, vier Lichtjahre entfernt. Der Rest ist noch weiter. Ich meine, früher oder später kann es der Lehrer Drift ja sowieso noch zu Problemen führen, aber... So, jetzt haben wir uns endlich wieder umbegrenzt von denen. Ja, jetzt müsst ihr vier Milliarden nicht Jahre groß sein. Gut, wenn du das kannst, dann haben wir auch kein anderes Problem mehr auf der Welt, glaube ich. So, was hast du schönes Priestessring? Das Ding her bringt uns auch nicht so viel. Hallo, Ashes. Was soll man die brachten? So, wie ich weiß. So, was ich. So, Sie sollten Sie alle brennen? So, auf die Ramen Warbein dann. So, jetzt geht's. So, wie ich bin, überhaupt nicht? So, dann müssen Sie dieépendung ein wenig hinbegrenzt. So, dann müssen Sie das ein wenig hinbegrenzt von Ihnen. So, so, dann müssen Sie das ein wenig hinbegrenzt. So, dann sind Sie auf die necesarioste Türen und wieder sodassierst du das Spiel zu sein. So, dann sind Sie die assim. So, dann können Sie das mal ändern, jetzt können Sie das ja nicht. So, dann können Sie das mal nicht hinbegrenzt und nicht einfach. So, dann muss man sie denn, weil ich einmal nicht an einigen. So, dann können Sie sich hier alles in meinem test? Moment, das ist Oder? Es ist so dunkel hier, es ist Ein bisschen schwer, sich zurechtzufinden Etwas möglich war, habe ich das Billasian immer irgendwie hinbekommen Ich glaube, Zeitreisen sind ein bisschen anderes, Kaliber No offense Warte, können wir den Tree Jump Glitch hier auch machen? Aber ich glaube, es bringt wahrscheinlich nichts, oder? Wenn man da gar nicht hin sollte Gibt es wahrscheinlich auch keine Items da Vielleicht habe ich das schon an der Zeitreise gemacht Ja gut, dann bring mir mal bitte die Lottozahlen mit Sehen die Krähen in den Untended Graves noch? Ist das so? Ne, oder? Ey, selbst die sind weg Sad Ich habe vergessen, meine Erinnerung als Ausnahmesin Wenn ich alle Sachen im Raum so umstelle, wie sie vor einer Stunde waren Dann bin ich meine Erinnerung als Ausnahmesin So, man konnte mit Gundias Seele auf jeden Fall diesen einen Ring machen, der einem Statboost gibt, aber an dem Punkt, wo wir den brauchen würden, habe ich hier sowieso schon was Cinematischeres vor, so ihr viel Dungeon. Vielen Dank. den fremdkörper zu entfernen schlage ich vor den fremdkörper zu entfernen der boden hier besteht aus boden das war der falsche aufzug ich kann mir vorstellen dass im großen und ganzen wenn wir von ein paar stunden reden selbst tage sind auf einer universalen skala nichts würde unsere galaxie reichen weil ich glaube nicht dass wir uns so dass wir uns nahe genug an anderen galaxien befinden dass dass das schlimm wäre wenn das jetzt ist sich ein paar stunden verschiebt verdammt wo war denn der wo war denn der eine lift verdammt ich muss halt bei der ganzen sache an galaxy quest denken wenn ihr den film gesehen habt so wir meditieren mal ein bisschen ich muss jetzt gerade wenn ich diese skybox so sehe an das video von illusory wall denken wo er sich die den weltaufbau von dark souls 3 genau anguckt und halt auch überprüft ob die tatsächliche die tatsächlichen koordinaten von den ganzen orten die man betritt mit den skyboxen übereinstimmen und erstaunlicherweise ist in fast allen fällen passt es entweder genau oder ist minimal verschoben also wenn man zum spiel die an dead settlement von der high wall of love lake aussieht und das hat er hat damit prism stones hat geprüft es passt so wir brauchen mal eben bonfire hier contraption does not move also ergebliche seelen so Okay. Ah, Titanitbrocken. Seelen wären auch gut. Wir werden noch unser Level ein bisschen pushen müssen. Physics-Memes, ähm, kann ich mir gleich angucken. Ja klar, lauf weg, während ich mich fallen lasse. Das ist wirklich unhöflich. Aber der gibt mir dann nur einen großen Splitter. Manchmal ist Dark Souls weird. Logan Paul tries to physics. Das klingt schon, als wäre es super absurd. Ow. So. Okay. 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 So. Okay. Let's go. Okay. Nothing matters except love. Was? Irgendwann werden alle Sterne sterben. Schwarze Löcher überall, neuer Urknall. Ja, das ist deeper von Logan Paul als, äh, als das, was er sonst so von sich gibt. Ich bin höhere Spezieserschaft, die das hinbekommt. Ähm, hast du Star Trek gesehen? Nein, ich habe nicht Star Trek gesehen. Das ist schlecht, weil Star Trek ein paar... auch einiges zum Thema Eugenik hört. Tschüss, 40.000 Seelen, war schön. Na, es geht nicht immer um das, was die Nazis versucht haben. Hm. Ja. 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 Das war's. Das war's. Hochklettern! Mir wurde aber schon mal gesagt, dass man so ein Quiz mit meinen Aussagen machen könnte. Oof. Das war's. 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 Ich jetzt. Total blöd. Das war's. 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 Was war's. Das 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 war's. So gut ist. Das war's. 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 Okay. Ja, da war was. Da hat doch mal jemand ein Element gefälscht, ne? Das ist glaube ich auch noch gar nicht so lange her, oder? Also relativ gesehen. Aber stimmt, ich glaube, ich habe mal irgendwie meinen YouTube Recommendations was gehabt dazu. Das ist halt das Geil-Projekt, das kann ich jetzt besprechen. Oh Mann. Ähm. Ja klar, mach mal mit einem AOE, weil so viel Damage, dass ich die Hälfte meiner Gesundheit verliere. Das müssen locker 650 Damage gewesen sein. Okay, fuck off. Nope. Ich glaube, hier kriege ich auch schon die Asche, dass ich, äh, dass ich unbegrenzt, äh, Titanit-Schuppen kaufen kann. Hä? 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 Hä, das war doch hier. Hier auf dem Altar, oder ist das erst, wenn ich Nameless King töte? Hä? 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 Hä, dieser Pfad führte doch nicht ins Nichts? Dragon Changes Ashes. Haken to the left edge. Das Ende des Dragons Path, hier hast du vielleicht noch mal angefangen. Hä, meinst du das Emote? Andere Seite. Hä? Ah, okay. Aber hier war doch auch die Asche, oder nicht? Ja, das Ding bringt mir nicht so viel. Okay. 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 Ich will die Dinger nicht einzeln benutzen. Ich dachte, das Hive ist reddit. Scheint so Hive, wir haben Unlimited Furry Porn, also wenn das mal kein Argument ist. Crestfall Night, so 32 Int. Aber so das Ding ist, das kostet uns halt richtig Faith Points. Aber die Alluring Skulls brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht mehr. Und die Prism Stones waren auch unnötig. Oh Mann. Jetzt steht noch Nameless King an. Ich bin nicht überzeugt, dass wir ihn besiegen können. Ich meine, das Magiebild soll wohl in der zweiten Phase ziemlich gut funktionieren. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pass auf, das bringt uns sowieso nichts Das Problem ist, dass du mit einer zweidimensionalen oder einem zweidimensionalen politischen Spektrum halt generell nicht weit kommst Das Problem ist, dass du mit einer das Problem ist, dass du mit einer Wir müssen das Huhn erledigen Jetzt trifft doch mal Gott verdammt, girl Jetzt trifft doch mal Hallo, ich hab doch gerollt Oder wollte es zumindest Ist Magie gegen den Drachen Brauchbar? War da was? Ja, super, triff einfach nicht Und ich hab nach drei Zauber noch einfach keine Energie mehr Ja, ich hab nach drei Zauber noch nicht verletzt, aber ich hab mich noch nicht verletzt, also kann ich auch nicht verletzt, aber ich bin mir die Zauber noch nicht verletzt, aber ich hab mich ja nicht verletzt, aber ich hab mich gefehlt, dass du mit einem Schlaublech warst. Natürlich, dreh dich noch. Ich hab den nicht umverteilt. Ich hab ihn gar nicht erst zu Asche geändert, weil ich ihn eigentlich erst für die zweite Phase haben will. Ich muss sagen, ich mag diesen Bosskampf. Es wird erwartet, dass du in den Nahkampf gehst, aber im Nahkampf ist unausweichlich das Problem, dass die Kamera dein größter Feind wird. Und dadurch, dass es dann auch noch ein Zweiphasenkampf ist, wenn du es dann durch die erste, ich meine, die erste ist eigentlich gar nicht mal so schwer, aber sobald du dann der zweiten bist, da du der zweiten relativ schnell stirbst, hast du, finde ich, gar nicht wirklich die Chance, die Attack-Patterns vom Nameless King zu lernen. 2. 0. 0. 0. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, man sieht ihn nicht, den Nameless King, bis er seinen Angriff gemacht hat. Beziehungsweise, ich finde es teilweise schwer, seine normalen Bewegungen, um zu unterscheiden von seinen Angriffen telegrafiert. Ich kann nicht mehr, diese Tastatur tut weh. Was? Ach ja, das ist ja hier... Stimmt, ihn kann man ja reposten. Okay, ich war jetzt glücklicherweise aus der Reichweite. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt haben wir es aber richtig vergeigt. Alter, mach doch mal jetzt ein Lock-On hier. Alter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist aber auch nur sehr bedingt hilfreich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 noch alles nichts. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. So, da ist Fangkuchen, man. Er nimmt halt einfach keine Damage davon. Na gut, es ist Hervil, aber trotzdem. Jetzt hängt er hier noch mehr. Okay. 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 Das war's. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay, die brauchen wir noch. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen, ganz ehrlich. Also außer weiter meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen und zu hoffen, dass wir Nameless King irgendwie hinkriegen. In anderen Worten, geht gut. Nein, sobald ich Nameless King besiegt habe, endet der Stream. Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Er sweept viel zu schnell. Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Was? Hä? Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Willkommen zum Stream. Das ist ja absolut schrecklich hier gerade. So, was brauchen wir? Sage Ring. Ich glaube, der bringt uns mehr. Die Seelen sind mir jetzt ehrlich gesagt gerade auch egal. Wir gehen auf Lightning Damage. Aber das wird auch keine Wunder vollbringen. Die Angriffe, die mich am meisten stören, sind nicht die, die mir Lightning Damage machen. Gut, in der zweiten Phase schon, aber... Ich glaube, ich werde ohne Magie spielen müssen. ... ... Teilweise einzuschätzen, ob der Kopf jetzt in Reichweite ist oder nicht, ist auch ein Kunststück. Die Krallen angreifen bringt nichts. ... 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 Sens pee ... ... ... ... Wieso muss er eigentlich die... ... ... ... immer wegdrehen, wenn ich anvisieren will, und es sich kein Ziel in Reichweite befindet. Nee, Damage mache ich vorne und hinten nicht. Will ich wissen, warum du Dickpacks von deinen Klienten hast? So, gehen wir nochmal auf I-Frames. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht wissen will, beziehungsweise, dass das gefährliches Wissen ist, und wenn ich es einmal weiß, dann kann ich es nicht mehr zurückwissen. Ich habe erst überlegt, ob du so NSFW Art machst. Aber das erklärt es auch nicht. Ich bin professionell homosexuell. What? Ich merke, ich habe den falschen Beruf ergriffen. Wenn du es wissen willst, dann machen wir einfach mal einen Plan mit der Zeitreise. Das wäre gerade sehr nützlich, ja. Okay. Okay. teu Grab. Hast du gar pract Compared zu spen, ich dr vufe her. Ich hab da Salo Misener. Ja. Wow. ich bin froh. Ich bin cher, ich bin froh. Was ist da der Fachbegriff für eine männliche Dominatrix? Das frage ich mich sowieso schon seit einer Weile. Was ist so eine Frage? Können wir wirklich mal stellen? Was ist das männliche Geschick zu einer Dominatrix? Weil ich weiß es tatsächlich echt nicht. Please give me your kidneys. Was? Was geht mit meinem Chat jetzt ab? Hey, das hier. Das war ein familienfreundlicher, christlicher Dark Souls-Stream. Okay. Ist Dominatrix geschlechtig? Also ich kenne es zumindest so, dass Dominatrix eigentlich nur als Begriff für Frauen eingesetzt wird. Creative, wenn du Fanboy-Content suchst, da gibt es auf Twitter im Moment irgendwie ziemlich viel. was ist Dominatrix. Ich habe mir vor, selber irgendwann zu einem Fanboy zu werden. Also wenn das keine Squat-Goals hier gerade sind. Holy fuck, sind wir uns ähnlicher? Ja gut, das denke ich mir eigentlich schon seit der Stream begonnen hat. Da ich ja Creative auch schon jetzt ein bisschen länger kenne. Okay, das war jetzt aber wirklich knapp. Ah, ich habe das Gefühl, das wird eine lange Nacht. Und morgen sollte eigentlich der nächste Stream sein. Ich habe das Gefühl, das ist eine lange Nacht. Oh, dann trifft es mich doch. Wozu rolle ich eigentlich? Dies. Okay. Das Ding ist, ich hatte echt Phase 1 mal ziemlich gut raus. Okay, jetzt bin ich auch noch direkt reingelaufen. Danke, Spiel. Kann das doch nicht sein. Danke, Spiel. Unter ihm bleiben. Seitlich bleiben. Ja gut, dann macht er aber öfter seinen Feuerangriff. Ich sehe gerade, die Kamera kriegt gerade hier total den... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kriege ich auch nicht getriggert Danke Okay, das war's Untertitelung des ZDF, 2020 Wie viel Absorption haben wir da? Ja, das zieht richtig rein Aber wir haben auch nichts anderes Ich mach's Weapon Counter-Attacks, das bringt halt auch nur was, wenn wir die Posts hinkriegen Damage vom Backstats haben wir das t dignity Zählt dazu auch der Grab Attack, bzw. ob es einem Speer aufspießt? Hat das Ding, äh, hat das Ding echt ein, irgendwie ein PvP? Hat das Ding ein PvE-Zweck? Weil das Ding ist doch, das klingt nämlich sonst, als wäre es ein reines PvP-Ding. Ja, da ist der Ring auch sinnlos für uns. Boost Attack, wenn HP es voll ist für den Arsch. Das Ding wird uns auch nicht retten. Ja, das Ding gibt uns wenigstens nochmal ein bisschen Dex, aber das wird uns auch nichts bringen. Pontiff's Right Eye wird nicht wirklich triggern. Ich will jetzt Andain auch nicht ausziehen dafür. Die beiden Ringe sind auch weird. Ich hab halt nichts Besseres. Okay. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwas an Ringen verpasst habe, was helfen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas an Ringen verpasst habe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas an Ringen verpasst habe. Also wenn es auch irgendjemand Vorschläge hat, ich bin im Moment sehr offen dafür. Weil es wird nicht besser werden, wenn ich noch müder werde. Schick Nacktbilder. An wen? An Miyazaki? Ich glaube, das bringt mir im besten Fall eine Anzeige. Hedgest du dann das Spiel mit deinen Mad-Informatik-Skills? Ich weiß nicht, ob ich das Spiel mit deinen Mad-Informatik-Skills habe. Wir schreiben jetzt übrigens heimlich miteinander, ohne dass du das merkst. Oh, ihr Turtel-Täubchen. Jetzt kann ich jetzt alles gegen dich planen, ohne dass du es weißt. Oh je. Wie soll ich damit bloß leben? Das Ding ist auch, ich muss mich nach jedem Angriff zwangsläufig heilen, weil mich sonst der nächste auf jeden Fall killt, selbst wenn der eine Angriff gar nicht so viel Damage machen sollte. Das ihr euch gegenseitig schickt, das geht mich auch überhaupt nicht an, Jungs. Aber macht mal. Natürlich. Man könnte meinen, sie waren mit dem Radius von diesen Flammen ein bisschen sehr großzügig. Ich meine, wir werden sowieso noch zu Undying the Undying, aber wenn wir das jetzt machen würden, dann wäre halt das restliche Spiel komplett unspannend. Ja. Wenn wir das ein chain poner, lassen sie jetzt hören. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, natürlich. Jetzt konnte ich nicht mehr rollen. Ich hatte das Gefühl, der Ring bringt uns auch nicht mehr wirklich was. Und wir müssen mal damit... Der wird zwar wahrscheinlich nicht triggern, aber come on. Okay. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir gerade weniger Damage machen. Ich meine, dass der eine Ring, dass wir bei aufeinander vor den Angriffen mehr Damage machen, wahrscheinlich... Also so oft werden wir gar nicht treffen, dass der Ring was bringen könnte. Aber mehr Angriffsschaden, solange wir volle HP haben könnte was bringen, weil wir uns sowieso immer wieder voll heilen müssen. Hm? Ja. 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 Da. Also man muss anfangen loszulaufen, bevor er überhaupt hochfliegt. Ja klar, jetzt kriege ich den Backstep, jetzt wo ich ihn eh schon fast hatte. Ich kann nicht rollen, wenn er mich mit diesem Angriff trifft. Also wenn er mich mit diesem Angriff trifft, ist es vorbei. Was ist von, das ist der falsche? Das war der falsche Ring. Das war der falsche Ring. Das war der falsche Ring. Jeder hat es nicht wert. Das war der falsche Ring. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 bayernetame- öffnen, doctor